Oh, ich muss sagen, ich hasse dieses Spiel. Jetzt schon. Wirklich. Das ist zum Kotzen gerade. Anstatt sie einfach das scheiß Ding anwählt, ey. Geht doch. Ah, okay. Oh. So, wer will jetzt richtig auf die Fresse. Alter. Das werden aber auch nicht wenige, ey. Alter. Man, schießt du auf die scheiß Turbine. Danke. Geht doch. Komm schon. Ah. 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 Bam! Danke. Haben wir's jetzt. Heidewitzka. Sie schießt halt nicht auf die scheiß Turbine. Das ist so lächerlich. Mein Gott. Na komm. Weiter, weiter. Hallo. Danke. Gute Idee. Versuch das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten. Ah. Gott sei Dank. Dein Zenzen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Sehr praktisch. Fängerdrohnen? Ah. Und ich seh direkt, wo... Wo... Das war knapp. Ah, da ist noch eine. Ja klar. Wo... Weiß der Geier, wo das ist? Ich laufe jetzt da einfach mal... Ah. Könnte das gewesen sein. Na, langsam, langsam. Nicht zu schnell vorweg. Ah, nee. Ah. Und hoch. Sehr gut. Das Gefängnis mit menschlichem Antlitz. Was für eine Lüge. Blinde Maschinen zur automatisierten Verwaltung. Der Geruch. Der Lärm. Das macht mich fertig. Um ins Gefängnis zu kommen, musst du eine leere Zelle abfangen und als Aufzug verwenden. Der Geruch. Der Lärm. Okay. Ist die jetzt leer? Hä? Merke ich, wenn die leere ist? Ah, okay. War das jetzt gut, mich in so eine Zelle zu stellen? Bin mir nicht sicher. Diese Zelle. Und wie erinnert sie mich an... ...was Schreckliches. Ich kenne diesen Ort. So hoffnungslos. Als ob man nie weg könnte. Je weiter unten sie dich haben, desto mehr nehmen sie dir weg. Sie nehmen dir Erinnerungen ab, wie Gürtel oder Schnürsenkel im Knast. Wie? Wie tief bin ich gefallen? Herr Schwester. Nillen. Dieser Ort hat keine Macht mehr über dich. Achtung, da ist eine Brune hinter dir. Vorsicht, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay. Wow. Das war knapp. So. Vorsichtig. Naja, nee. Okay. Ja, wir sind jetzt hier mitten im Gefängnis. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Warum kann ich ihn nicht da? Drohnen. Ah, okay. Drohnen. Das ist ein gutes Argument. Guck mal hier lang, hier lang. Okay, hier ist noch irgendwo ein Päckchen. Also ich muss quasi nach draußen. Persönlichkeitskrise in der Gedächtnis-Dekontamination. Oh Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel. Wow. Ja, aber ein beschissenes Sichtradius, wenn man sich da so einfach nebendran stellen kann dann. Na gut. Äh. Das blöde, das blöde Formular aus. Okay. Okay. Ich werde Madame von ihrem Niveauverlust berichten. Mal sehen, wie sie das findet. Okay, dich muss ich bestimmt auch noch platt machen. Ich kenne ihn. Sergeant Vaughn. Ein schlechter Mensch. Der Schlimmste. Er kennt das Sicherheitssystem genau. Seine Wachs, versteckte Funktionen. Folge ihm und klau seine Geheimnisse. Sonst kommst du nicht an Madame ran. Hallo, ihr Schönen. Zeit für eine Leibesvisitation. Yeah. Okay. Es ist ein schlechter Mensch, deswegen werden wir dem jetzt in den Arsch treten. Was auch immer der da macht. Ah. Okay, ich versuche eine Kumball anzusetzen. Aber es hat noch nicht funktioniert. Okay. Tritt, schlag, tritt, tritt. Tritt. Bam! Zack. Ah. What? Ach, fick dich. Okay, wir haben einen neuen Tab. Könnt ihr mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Hallo? Danke. Ich habe noch mal einen Schlüssel. Nehmen wir den diesmal. Nehmen wir das hier. Okay, ist noch nicht verfügbar. So, Sinn-Sinn-Raserei. Oh, noch mehr. Ernsthaft? Nein. Alter. 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 Okay. Nochmal. Komm schon. Ja. So. Können wir jetzt? Hallo, Arschloch. Gett mir deine Hirn. Das ist für alles, was du mir angetan hast. Und das. Das ist für alles, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Sehr gut, Schwester. Du hast die Schlüssel zum Königreich. Die Bastille gehört dir. Gut. Ähm. Man kann jetzt drüber streiten. Ja.